Guten Tag, ich wollte mir mal vorstellen, meine Fenster, schwarze Fenster, kann man nicht reingucken, aber man kann rausgucken. Und dann, Zauberei, guck mal hier an, das Fenster, das kann man ja aufklappen. Ist das nicht schön? Guck, das aufklappen, so, und dann liegt man da drin und dann kann man rausgucken. Ja, ist doch schön. Und auch wenn es regnet, kann man da wirklich schön rausgucken, ohne dass man nass wird. Und, schön, ich mag so ein Fenster, neue schöne Fenster. Das ist genau dasselbe Fenster wie da. Guck, da, da, Schiebetürfenster, ist gut, ist auch schwarz, kann man nicht reingucken, aber rausgucken. Das ist schön, wirklich. Muss man nur aufpassen, weil, wenn es draußen dunkel ist, dann, äh, und drinnen hell, dann kann man auch von außen reingucken. Da sollte man nicht nackig sein, glaube ich. Aber wenn es Tag ist, ist super. Guck, sieht auch gut aus. Schweiße Fenster und offene Fenster. Hm, schön.